Heute ist unser Zeitpunkt gekommen. Die Zeit läuft, seit einem Jahr, gutem Jahr ist die Vorbereitung und heute starten wir mit der ersten Etappe von Lutten bis nach Nordhorn, wo wir das erste Mal übernachten werden und den ersten Step. Zusammengekommen sind wir aus früheren Zeiten, wo wir alle ein eigenes Schicksal hatten und daraufhin vor 20 Jahren schon diesen Gedanken gespielt, diesen Jakobsweg zu gehen. Aber wir haben ihn umgemünzt und da wir alle Fahrradfahrer und sportlich sind, fahren wir mit dem Fahrrad. Und das ist heute der Tag, wo es losgehen soll. Das gesamte Ziel ist Santiago de Compostela, wo wir dann in die große Kathedrale die Messe miterleben wollen. Sieh deine Gegenwart erfahren, wehre ihren Glauben, stärke ihre Hoffnung und erneuere ihre Liebe. Schütze sie vor allen Gefahren und bewahre sie vor jedem Unfall. Führe sie glücklich am Ziel ihrer Fahrt und lass sie wieder unversehrt nach Hause zurückgehen. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt.